Ich glaube, den 68. Mond können wir ja gar nicht holen. Ich glaube, ich weiß jetzt, was das jetzt für ein Mond ist. Okay, ich glaube, wir machen jetzt die beiden Koopa-Rennen. Hier. Hey, ihr wisst wieder Raisin hier, ne? Ja, okay. Viel Glück, ne? Die Lichtsäule musst du wieder finden. Und das Ganze in der Nacht. Standard drin. Und danach gehen wir halt zu Louis und spielen dann eine Runde Ballotnyagd in der Wüste. So, ich würde sagen, wir schnappen uns direkt. Miauxi, oh go. Wir dürfen halt nicht bremsen. Sondern einfach nur gerade durch. Wir sind kurzzeitig Zweiter. Aber ich glaube, das müssen wir eigentlich hinkriegen, ja. Also dort hinten sehe ich schon die Lichtsäule. ist hier irgendwo am Anfang der Stadt, ne? 34,61. Aber ich glaube, der Weltrekord ist so unter 30 Sekunden. Ich weiß auch nicht, wie hobbylos manche Leute sein können. Ich bin irgendwo Pflätzer. So, jetzt haben die aber auch noch einen krassen Läufer am Start. Aber ich glaube, mit dem Yawxi sollten wir das hinkriegen. Ah, ich glaube, ich weiß schon, wie man das hinkriegen könnte. unter 30 Sekunden. Aber ich versuche es lieber nicht. Sondern mach es ganz gemütlich. hier mit dem Yawxi. Ich bin relativ sicher, dass man irgendwo über die Ruine abkürzen muss. Wenn man unter 30 Sekunden erreichen möchte. So, bitte nicht zu scharf abbiegen. Ah, ich habe eh zu viel Zeit verloren. Shit. Egal, es ist nicht so schlimm. Hauptsache, wir haben den Power-Mond. Expertenrennen. So, ich glaube, hier sind wir erstmal fertig. Wir müssen so oder so hier zurückkehren und Balon-Jagd spielen. Ich glaube, wenn wir die 5... Ah, ein paar Minuten haben wir Zeit für Balon-Jagd. Dann spielen wir mal eine Runde. Ich möchte ein paar Ballons suchen. Aber wir starten direkt beim Turm. Ben-Jagd. Äh, ja, okay, beginne ich direkt mal mit dem Ben-Jagd. Und das ist ein geschenkter Ballon, oder was? Really, nigger? so bin ich sehr, sehr schnell drüben. Alter, wohin rollst du, Junge? Was sollst du da drüben? Das ist da bitte schwer gewesen. Glückwunsch! Also, wo ist da bitte die Challenge? Speedy Blue! 15 Sekunden? Oh, da muss man von dem einen Ding zu dem anderen Ding springen. Das versuche ich mal. Ah, der ist da drin! Ich war sehr, sehr nah dran. Sagen wir es mal so, wie es ist. Sehr, sehr knapp war das. Ja, man sieht den. Aber ganz schwach sieht man den Ballon auf dem Typen. Ich weiß zwar nicht, wie ich das gemacht habe, aber ja, ich bin wieder gestorben. Fuck! Oh yeah. Haha. Okay, let's go. Nein, jetzt springe ich auch noch über dieses Teil in Kokomo. Uuuuhh! Okay, dann lasse ich es halt. Nein! Ich wollte einen anderen Ballon nehmen. beziehungsweise einen eigenen Ballon verstecken. Okay, haben wir noch in dieser Richtung vielleicht einen F? Ich glaube, ich weiß schon, wo der ist. 18 Sekunden. Ich kann mir schon vorstellen, wo der ist. okay, oder auch nicht. Ja, dann ist er da oben. Dann ist er da oben! Okay, schnell, 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 Da muss man sehr, sehr genau hinunterspringen. Okay, ich habe jetzt nur noch 10 Seeks, Alter. Oh, der ist so böse versteckt. Okay, ich hätte ihn, glaube ich, kriegen können. Komm, das kriegst du hin, Mario. Oder mal Luigi. Komm, 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 du kriegst das hin. So. Das ist doch nicht mehr. Okay, ich glaube, jetzt verstecke ich mal meinen Ballon. Ja, okay, ich glaube, ich weiß schon, wohin ich hinfahre, verbraten werde. Okay, versteckt mal meinen Ballon hier. Und zwar möchte ich ihn fack, erneut. Nochmal von vorne, bitte. Okay, let's go. möchtest du möchtest du neu verstecken? Shit. Ich wollte es ganz stylisch machen, aber ist mir leider nicht geglückt. Ja, mach doch, Junge. das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ich fehle es sogar bei dieser scheiß einfachen Schose da. auch einfach. So, hier runter wollte ich die ganze Zeit. Okay. Und jetzt springen, springen, springen. Äh, ich mich hier festhalten. Nein, kann ich nicht. Fuck. Shit. Das Ballon verstecken, das suckt gerade ein bisschen. Boah, das gibt's nicht. Jetzt kriegt du das wieder nicht hin. Aha. Bist du blöd happy? Du sollst da? Oder Mario? Ist halt beide doof. Bats, du Bats. Das gibt's nicht. Okay, dann nehme ich halt das einfache Verstärkrüsen, auch egal. Ah shit, ich bin voll vorbei. Chumpt. Ah ja. Okay, es liegt auch daran, dass ich da ein bisschen aus der Übung bin. Wieso klappt das denn jetzt auf einmal nicht mehr? Das kann doch nicht dein scheißverdammter Ernst sein. Ich probiere es jetzt mal von da unten zu sprengen. Ja, so geht's natürlich, ne? Ja, komm, dann platze ich hier halt den Ballon. Und gut ist, dann kann ich direkt ins nächste Land reisen. Ja, ich möchte gehen. Ein guter. Ciao, Luigi. So, jetzt werden ein paar Leute den Ballon suchen, aber ich glaube, der wird sowieso innerhalb von zehn Sekunden platzen. Okay, er ist noch nicht geplatzt. Schade. 592. Äh, puh. Power-Monde von 99. Fehlt nicht mehr so viel. Forstland. Ganz viele Blumen will die Peach sehen. sie wird auch ganz viele Blumen sehen. Aber das Forstland hat ja noch diesen besonderen oder diese besondere T-Rex-Passage am Start. Ist relativ lol gewesen. Daran könnt ihr sicherlich euch noch erinnern. und wieder der Mund am Start. Ich habe gedacht, ich hätte gerade einen Mond gesehen. Joa. Ich würde sagen, let's rage a bit. Okay, wo sind die Power-Monde? Äh, okay. So, da oben. Joa, wenn ich da gerade schon mal hier neben, würde ich sagen, wir holen uns den mal als erstes. Und zwar müsste, ja, einen Notenblock, aber da müssen wir rollen. Fuck. Ja, klar. Und es beginnt direkt so scheiße. Uah. Nein, ich habe eine Note verpasst. Zwei Noten verpasst. Crap. Ja, das muss man in einem Durchlauf hinkriegen. Der Mond ist gar nicht mal so easy. Ich dachte. Okay, let's go. Okay. Ja, klar. Okay, das wird wahrscheinlich second try. Second try, not bad. Das geht eigentlich ganz gut. gut. So. What's up? Lootenjagd oben auf der Mauer. Äh. Äh. I'm crazy camp shop. Aha. Oh. Ich glaube, ich kann mir schon denken, was das ist. Dazu brauche ich erst eine bestimmte Kleidung. Aber ich glaube, ich schaue mal beim, ähm, T-Rex vorbei. Ich habe ihn, ich vermisse ihn so sehr. Deswegen will ich ihn nochmal besuchen. Da gibt's auf alle Fälle noch ein paar Sachen zu holen. Genau. Frage ist, habe ich diese Aufgabe schon gelöst. Wir dürfen in die Abenteurer rein. Soweit habe ich sie ja verstanden. Hebel ziehen. Aber diese Aufgabe habe ich noch nicht erfüllt. Aber ich brauche diesen Spinner, der hier, äh, der das Geld verschießt. da ist er. Diesen Gegner brauchen wir. Um das hier zu aktivieren. diese Pflanzen müssen wir erstmal mit ein paar Münzen befriedigen. Und sie wächst und wächst. sie kann nur durch Münzen wachsen. ist die Pflanze jetzt um. Spuck, 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 Spuck. So, kommt jetzt der Mond jetzt raus? Oder so? Ja, kommt schon. Oh, wenn ich die, ähm, wenn ich den Controller schüttle, dann macht das so eine Wirbelattacke. Ich werde jetzt aber nicht mehr Münzen verlieren hier, ne? Okay, jetzt passt schon, Junge. Yes. Der Mond ist da. Es ist ein sehr, sehr böser Mond. Münzen futtern für den Münzen füttern für den Schatz. Joa. Aber da war ja glaube ich noch etwas. Ja, pff. Münzen? Warte mal. Ich habe glaube ich mal fast ihn links hier einen Samen gegeben. Kann das sein? Dass ich diese vier Blumentöpfe auch einen Samen reinstecken muss? Okay, let's go. Gleicher Vorgang. Der T-Rex ist gerade irgendwo unterwegs. Ich sehe ihn gerade. Oh, ich bin gerade runtergeplumpst. Kale. Okay, let's go. Ops. Da hoch. Da runter. Hi. Huah. Er hat mich gesehen. Ähm. Erfolgt er mich immer noch? Nee. Dumm, was? Zurück bin ich schon. Sind wir quasi wieder im Kreis rumgelaufen. Und da hinten kommt er. da was? Sieht sehr verdächtig aus. Da ist nichts. Moment. Gucken wir mal nach. Also mindestens ein Mond ist da unten. Ich glaube, ich kann mich an einen Mond erinnern, der hier ein bisschen böse versteckt war. Frage ist aber wo war das jetzt nochmal. Warte vielleicht brauche ich ja den T-Rex. Wo ist der überhaupt? der ist da Hi Ich bin da du Trottel Direkt provoziert ne Ey 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 nein kriegst mich nicht I gain the ball so T-Rex ich jetzt wohin was hier noch ein Power Mond auch schon im Herzen des Waldes ok jetzt aber gucken wo ist das jetzt nee das sieht gut aus Gefahr Gefahr da ist nichts ich weiß der Pater ein bisschen Überlänge tut mir leid aber ich möchte ganz ganz gerne gucken den Rollfelsen haben wir auch schon mal das haben wir ok ich glaube ich kann jetzt von hier verschwinden das war es erstmal mit dem Part von Super Mario Odyssey ich hoffe es hat euch gefallen wenn ihr alles hoch da wenn ein da runter dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder hier in dem wundervollen Super Mario Odyssey Spiel bis dann und ciao meine lieben Leute